Ja, hallo! Also heute stehe ich hier bei 25 Grad, die Sonne scheint und wir dürfen nicht vergessen, in fünf Wochen machen wir das erste Türchen auf, nämlich von dem Weihnachtskalender. Und ich bin ganz stolz, dass dieses Jahr von den Rotarier aus Köln Airport mein Motiv, den Weihnachtskalender, schmückt. Ja, und da kann ich nur sagen, es gibt ganz tolle Sachen zu gewinnen. Das Ganze ist ein gemeinnütziges Projekt für verschiedene Einrichtungen in Köln. Und alle Erlöse, die hier bei dem Kalender zusammenkommen, gehen an dieser Einrichtung. Das Tolle ist, man kann tolle Preise gewinnen, viele Sponsoren haben sich beteiligt und wer möchte, kann sich gerne einen Kalender bei mir im Atelier abholen. Ach ja, fünf Euro kostet der. Soweit. Bis Weihnachten!